Ja, zehn Jahre Buddy, herzlichen Glückwunsch. Super Verein, es gibt nichts lebensnaheres und praktischeres, die beste Fortbildung, die ich je gemacht habe und für unsere Schule einfach nur grandios. Buddy, ich wünsche mir, dass wir eine Schulbetreuung haben für Buddy, eine ganz nahe, dass Buddy öfter noch mal vorbeikommt, dass wir nur noch Buddys an unserer Schule haben und sich Buddy noch weiterentwickelt wie bisher.